Ich mach mich schon mal laut, ja? Ja. Okay. Drei. Okay. Zwei. Eins. User left your channel. Alter. You were banned from the server. Ja, Alter. Alter. Meine Ohren. Du hast nur so gesagt. Ich hab so gemacht. Hallo, hallo. Der Typ hat so gemacht. Was ist dann? Fabian, schon mal da? Wir müssen aber für drei Personen. Oh, das bist du. Ja, ja. Fabian, schon mal. Ja gut, warte. Ich dachte... End ohne drunter. Ich hab... Ich hab da drauf gedrückt, ja. Fabian... Haha. Fabian, bist du die Treppen nach unten gelaufen, krass, oder was? Haha. User left your channel. Haha. User left your channel. User joined your channel. Ist nur ein Spack hoch. Ein Fabian, musst du grad noch die Treppen nach unten gehen, bis er da war. Join your channel. Jetzt doch. Macht euch alle bereit. Knackst euch schon mal die Hände. Vielleicht ist es wieder soweit. Haha. Vielleicht ist es wieder soweit. Vielleicht ist es wieder soweit. Haha. Warte. Warte. Warte, ich spiel das ab einfach und geh da hoch, okay? Was spielst du denn ab? Oh, 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 oh. Ja genau. Warte, komm wir zwei, geh mal in den anderen Channel, Robin. Dann können wir nämlich noch einen Zwerdaversuch bei den Nebos geben. Oh, ja, okay. Dann ist das so auffällig. Hä, ne, okay, ich geh einfach gestummt rein. Dann würde ich's bitte hören, okay? Ja genau, genau. Warte. Stumm dich auch einfach mit dem Mikro. Mikrofon muted. Ja, was ist denn? Was willst du noch? Willst du aufs Maul fahren, oder was? Jetzt geh nicht nach oben! Ich muss das doch erst versuchen! Was denn? Ich schlag aufs Maul, jetzt suche wo schneller Fettklops! Achso! Man kann das einfach machen, um nicht sehen zu bleiben! Als ob jemand das... Nein, das ist ja eklig! Ich muss es suchen! Fettklops! Das war zwar schon laut, aber das war das falsche! Skookabut! Ich hoffe, das hört mal, warte mal kurz! Skookabut! Aber wirklich, Skookabut! Ich schwör, ich muss mich so zusammenreißen! Du machst dein Mikro auch ganz laut, ja? Ja, ja, aber ich muss mich so hart zusammenreißen! Du musst ja nix sagen, du musst ja einfach nur es reinhalten! Ja, aber sonst ist es daran so schlimm, halt einfach nicht fressen! Achso, ich bin schon auf 100 gepegelt, ah ne! Ne! Das würd ich hören! Hallo! Hallo! Oh, Alter! Mich hat einer angeschrieb! Der MLG-Rank, Dude! Okay! Ist immer bereit! Ja! Okay! Dann geh hin, okay? Du musst... Ja! Du musst runterzählen! Zwei, eins, vier! Zwei, eins, vier! Ja, die letzte mal waren... Alter! Warte! 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 Papa! Pies dich du Hurensohn! Also keine Bescheid! Wie letztes Mal wäre er geschehen! Ich hab's jemand! Ich hab' jemanden gesquert! Wie geschehen! Ja, ich möchte ihn auch schnell! Oh! Oh! Okay, das war also Jons Versuch. Verwüstig. Ja und? Was ist denn mit Jons überhaupt passiert? Ist er geliebt? Jetzt ist mein Versuch dran. Komm mit hoch, ich mach dann... Okay, ich mach einfach auch noch ein bisschen mit. Ich puste noch ein bisschen rein. Ich puste noch ein bisschen rein.